Wie jedes Jahr befinden wir uns wieder mitten in der Weihnachtszeit. Es heißt Weihnachtsmärkte, Glühwein und natürlich große Bescherung am Ende. Aber wie sieht das eigentlich aus bei unseren jüdischen Mitstudierenden? Wir haben uns mal mit einer jüdischen Studentin getroffen und sie mal gefragt, wie sie die Weihnachtszeit verbringt. Es ist Weihnachten, Christen und Atheisten feiern dieses Feste in Deutschland zurzeit. Wie verbringst du und auch deine Familie diese drei Feiertage? Das kommt immer ganz drauf an. Also dieses Jahr zum Beispiel sind wir zu Hause und machen das, was wir normalerweise jeden Tag machen. Meine Eltern werden mit Sicherheit Klausuren korrigieren. Mein Papa wird vielleicht ein bisschen Big Bang Theory gucken, was er sehr gerne tut. Und genau, ich werde lesen oder ein bisschen Uni machen, was man so macht. Also nehmt ihr Weihnachten gar nicht so wahr zu der Zeit auch? Ne, also jetzt als Familie machen wir überhaupt nichts an Weihnachten. Also da ist es echt tatsächlich wie jeder andere Tag. Ich habe Weihnachten zum Beispiel das letzte Jahr mit meinem Freund und seiner Familie gefeiert. Da feiere ich es dann sozusagen schon, also beziehungsweise nehmt da dann teil. Und liebst du denn Aspekte in der Vorweihnachtszeit, zum Beispiel Weihnachtsfeiern oder der Weihnachtsmarkt, an dem du teilnimmst? Also auf den Weihnachtsmarkt gehe ich natürlich, ich höre auch manchmal mit Freunden irgendwie Weihnachtslieder mit meiner Nachbarin und sehr guten Freundin, die hier nebenan wohnt. Mit der haben wir früher immer Plätzchen gebacken, also ich mit ihrer Familie. Ich glaube, ich bin immer die, die sich doll dafür einsetzt, dass ich mit meinen Freunden wichte. Ihr feiert gerade Chanukka und meine Frage wäre da, wie feierst du das mit deiner Familie zusammen? Ja, also es ist halt eben so, dass wir dann abends uns zusammensetzen und dann, heute ist der dritte Tag, indem wir entsprechend drei Kerzen. Und dann kommt eben immer eine Kerze dazu und wir zünden, wir singen dann so einen Segensspruch für die Kerzen. Dann zündet man die an und dann singt man noch so ein Lied, das heißt Mausso und dann, ja, kriegen wir Geschenke. Ja, man hört ja manchmal, dass Chanukka so von der Wichtigkeit unter anderem das Weihnachten des Judentums sei. Kann man das deiner Meinung nach so sagen? Ne, also genau, Weihnachten ist ja schon ein sehr wichtiges Fest im Christentum und Chanukka ist eigentlich ein nicht sehr bedeutendes Fest im Judentum. Ich glaube, dass es in Deutschland oder in christlich geprägten Ländern von Bedeutung gewinnt, weil eben Weihnachten, also weil es eben einfach zur gleichen Zeit ist oder in etwa zur gleichen Zeit. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was die beiden Feste gemeinsam haben, sind zur gleichen Zeit. Und genau, da eben an Weihnachten die Kinder Geschenke bekommen, hat man dann das einfach eingeführt. Ja, gut. Und dann zum Schluss nochmal eine persönliche, besondere Geschichte zu Chanukka, die du erzählen magst. Eine persönliche. Ich weiß noch, dass ich früher, wir singen dieses Lied Maussure und das hat mehrere Strophen. Und früher habe ich immer mit meinen Eltern verhandelt, nach diesem Lied gibt es die Geschenke, dass wir möglichst nur die erste und die letzte Strophe singen, damit es möglichst schnell Geschenke gibt. Weil ich so nervös immer während dieses Liedes war, dass es in meinen Ohren so lang gedauert hat. Und genau, jetzt muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil es doch recht schnell vorbeigeht und man doch das auch aushält, erst danach das Geschenk zu bekommen. Genau. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne.